Hallo Leute, heute kommt mal wieder mindestens ein Video. Ich möchte anfangen mit einem Let's Play Quiz Duell gegen Dirkis 1111, Sternschnuppe 3 Sternchen 666 Jan und Herr Rippchen und ich fange an mit Dirkis 1111. Wie heißt der erste Teil der Der Herr der Ringe Trilogie? In welchem heutigen Land spielt der Film Die Brücke am Quai aus dem Jahr 1957? Wer spielt die Hauptrolle im Film Black Swan 2010? Äh, draußen im Grünen. Was ist ein Kauri? Wie lautet der lateinische Name der Elster? Woher kommt der Litschi-Baum? Jetzt kommt Herr Rippchen. Herr Rippchen. Glaube, Religion. Welche Beschreibung passt am besten zum Inhalt des Hindu-Gedichts? Bhagavad-Gita. Was bedeutet das Wort Koscher? Unter welchem Namen ist der erste Buddha ebenfalls bekannt? Rund um die Welt. Welche der folgenden Inseln ist die flächenmäßig größte? Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaates Idaho? Zu welchem Staat gehört die Inselgruppe Franz-Josef-Land? 666-Jahren Bücher und Wörter Was zeichnet die Menschen, die im Mittelpunkt der Handlung in der Bestseller-Trilogie Blackout, Hideout und Timeout stehen, aus? Zu welcher Buchserie gehört das Lied von Vogel und Schlange von Susanne Collins, Susan Collins? Welches der folgenden Wörter ist ein Beispiel für ein Palindrom? Jetzt kommt noch Sternschnuppe, Drehsternchen. Wie heißt die Meerenge zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java, in der sich auch der Vulkan Kakatau befindet? Welches afrikanische Land grenzt nicht an den Viktoria-See? Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaates Washington? Essen und Trinken Aus welchem Land kommt Gyros? Was wird traditionellerweise aus solchen Gefäßen getrunken? Wie nennt man diesen Käsehobel? So, und das war's mal wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschau Leute!